Wie sterb ich heute 1 für Nuke? Äh, ich mein, in diesem Match. Ich komm gar nicht erst für Nuke, glaub ich. Du könntest schießend hinter dir herlaufen, damit die Gegner immer wissen, wo du bist. Du Bastard. Machst du mir was abgestützt? Oh, Mann, Alter. Ist dein PC zu schlecht, meinst du? Ich hab mir gerade am Sack gekratzt. Und ich muss echt widerstehen, wenn ich an den Fingern zu schnüffeln, ne? Warum machen wir das eigentlich? Du meinst du, wie bei den? Der Yogi, Alter. Ja, genau, genau, beim Fußballtonieren wäre ja geil, Mann. Warum man sich am Arsch kratzt, man muss immer dran riechen, Alter. So ein fucking Reflex, Alter. Oder so ein Reflex, wenn du unter der Decke furzt und die Decke umhebst. Um zu riechen. Alter, wir sind echt ausgeknallt. Ich glaub, das machen Peter, Alter. Safe. Gönn doch den Double-Kill, hau doch nicht ab. Ich hab gehört, das Furzen und den Fingern riechen macht man, um zu schauen, ob man krank ist, oder so. In Japan gibt es nur Furz-Schnüffler, die können krank halten, wenn ein Furz-Schnüffler schnüffelt. Hey, no joke, gibt es. Die können anhand des Geruches deines Furzes beurteilen, ob es krank ist. Jetzt hab ich nur neue Beleidigungen für Gegner, Alter. Oh. Japanische Furz-Schnüffler. Echt? Ja, nur einfach zu schlecht. Oh, bitte nicht, jetzt nicht zum Lachen bringen, Alter. Stimmt, wir haben jetzt den Ernst des Lebens. Oh ja, ich muss den lifeln. Junge, kann nicht der letzte Treffer noch reingehen? Das Leben ist hart. Ja. Ja. Überflücklich, ich sag's euch. Ja. Da sind vier! Nein, wo ist der? Nein, es sind alle dahinten! Das ganze Team ist da raus. Hast du never done, oder? Masturbiert denn uns im Team, oder was? Ja, glaub ich auch. Aber dieses komplett andere. Did you come, my friend? Ist das nicht dieses normale Masturb... Oh, geil, das ist geiler Pies, Mann. Es klappt! Alter, die hast du mal zerbombt, ey. Nein! Das sind doch mir! Das geht dir absolut ab, ihr galt. Er läuft bei mir vorbei und ich sehe ihn nicht. Erst als der Orbi angegangen ist. Du müsstest halt mal Double-Kills machen, aber ich krieg halt keine. Ich hör so oft auf zu schießen, obwohl der Gegner noch einen HP hat, weil ich denke, er fällt um, aber Activision gönnt den letzten Hit. Activision gönnt richtig aus. Das geht gut, oder? Die ab? Genau. Oh, das wurde alle! Der Lohn ist da. Oh, aus dem Alter. Kriegen das Leute, die arbeiten? Nen Lohn? Kriegt man, wenn man arbeitet, den Lohn, oder was? Das ist ja Wahnsinn. Hab ich mal gehört, ja. Also, ja, ich hab schon einen Nuke, ne? Ja, hat sie. Als ob du einen Nuke hast, Junge. Ja, ja, ja. Ja, es war halt ein bisschen crazy gerade, wenn ich auch ein bisschen bummed, ja. Crazy? Ey, Mann! Dann sterbe ich so schnell von einem Männchen, Digga. Das ist scheiße crazy. Schienen wir ein bisschen Hälfte her? No Game, ich glaube, es sind jetzt 108. Ich glaube, wir haben ein paar... Die Milano ist so... So ein Schrott-Teil. Das ist doch... Ich weiß nicht, was er gegen die Milano hat. Cool, ich hab auch hart gehatet gegen die Milano. Einmal auf Gold gespielt und nie wieder angefasst, ey. Ende liebst du sie. Spiel den letzten. Die Milano ist doch voll awesome. Ich finde die Milano actually nice. Was haben wir denn da wieder? Jetzt im Gegenteil sind wir ja so drüber gefahren gerade. Er fickt mich One Burst. Er ist ja tief. Drei Burst, nicht? Und irgendwie vereine ich mich auch so, dass er mich durchlust. Pizza. Woah, du Pisskopf, Alter. Dieser Mac-10-Typ nervt so ab. Du! Du Fickkopf! Was für ein Bullshit! Sepp Gebot! Was? Ach, jetzt wird er los. Oh boy. Okay. Das ist echt ne Shitpost.